Ich heiße Nevin. Kenn ich Sie? Nein, ich bin neu hier. Junge Frau, Sie müssen hier aussteigen. Geht das ein bisschen schneller? Die Kunden kommen gleich. Wir öffnen in fünf Minuten. Ah, wie heißt das? Kohlrabi. 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 Entschuldigung, ich habe meine Brille vergessen. Was ist das, bitte? Köfte? Ja, genau. Kräfte. Das sind hausgemachte Hackbällchen mit Zwiebeln und frischer Petersilie, Frau Meier. Sehr schön. Hätte ich gerne 400 Gramm, bitte. Zucchini. Zucchini. Vier... M... Mohren. Ein... Kohl... Kohlrabi. Ja. Und ... Hey, ich kenn dich doch. Hallo, Juna. Du warst doch auch beim Arbeitsamt in der Schlange. Entschuldige, ich hab deinen Namen vergessen. Ich heiße Nevin. Natürlich, Nevin. Kaust du hier auch ein? Ähm, nein. Ich ... arbeite hier. Heute ist mein ... erster Arbeitstag. Hey, herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank. Kannst du mir helfen? Klar. Ja. Das ist keine Zucchini. Das ist eine Gurke. Klar, eine Gurke. Da sind die Zucchinis. Ah. Ähm, Zucchini. Ja? Ja. Ähm, und was sind Möhren? Möhren? Ah, Möhren. Das hier ist eine Möhre. Oder auch Karotte. Karotte. Ah, klar. Karotte. Ich weiß. Weißt du, Möhre, Karotte, das ist beides richtig. Mhm. Kohlrabi habe ich schon. Sehr gut. Und, ähm, wo sind die Äpfel? Ähm ... Ah. Ich weiß. Ich weiß. Eins. Zwei. Drei. Vier Apfel. Ein Apfel. Vier Äpfel. Ah. Vier Äpfel. Okay. Was ist denn hier los? Lassen Sie jetzt Kunden für sich arbeiten, Frau Choschkun. Ähm, Moment mal. Ich bin keine Kundin. Ich bin ihre Freundin. Nevin hat Hilfe gebraucht und sie hat viele neue Wörter gelernt. Das ist eine Karotte. Oder ... Möhre. Ich glaube, es ist Zeit für eine Pause. Mögen Sie Hackbällchen? Oder, wie Sie sagen würden, Köfte? Ja. 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 bin apprendre. statsbüfen wir ein wenig im Auftrag. Vier Malveen. maneu. locks ausspehen. Schda不是 eine große Erfahrung.